Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Murat. Heute spielen wir Stickman Kill The. Also ich habe gerade schon ein Video gemacht und ja, ich wollte das eigentlich nur für diese restlichen Tage machen. Also jetzt werde ich ein paar mehrere Videos machen, weil das dann halt für mich so besser ist. Weil ich habe ja bei euch nicht so oft Videos gemacht und jetzt halt mache ich das. Jetzt bin ich Stickman Kill The. Hä? Okay. Jetzt. Oh, warte Leute, Werbung für Stickman. Mhm. Blau. Hä? Er hat eine Orangene und so eine Flasche. Und dann noch eine Orangene. In der einen kommt Ding. Blau, in der anderen kommt Grün. Die ist immer super Blau. Echt unglaublich. Das ist wirklich cool. Okay, ich sehe gerade die Flasche. Okay, bitte. Oh. Oh. Oh, hm. Hey, ich hasse diese blöden Werbung. Nehmen wir mal. Also wir nehmen alles nur einmal. Jetzt nehmen wir diesen Schlauch. Also diesen Feuerwehrschlauch. Okay, das ist ein bisschen schön. So. Ja. Äh. Explodier, explodier. Nein, explodier. Oh. Ja, geil. Ich habe einen Pop-In-Gangler-Style. Da kann ich es echt gut spielen. Nein, ich weiß. Aber schau, dass das Teil nicht explodiert ist. Wer steht schon hier im Opa. Hä? Da steht das auch gerade am Anfang. Unlädig. Oh nein, jetzt müssen wir wieder von dem Feuerwehrschlauch. Das kann man hier auch nicht ähm denken. Hier kann man das auch nicht vorspulen. Also es gibt. Also es gibt bedeutet nicht vorspulen. Also sowas wie vorspulen. Also überspringen bedeutet, dass die Feuerwehrschlauch nicht so schlecht ist. Und lass uns noch ein bisschen tanzen. Okay, jetzt gleich kommt wieder die Explosion. Jetzt. Okay. Jetzt sollte kurz so ein Bild kommen. Nein? Okay. Jetzt gehen wir mal auf die. Aha. Jetzt gehen wir mal auf diesen Tank, der bisher gerade nicht hat. Ja. Einfach mal so aufdrehen. Obwohl er keine Ahnung davon hat. Ja klar. Jetzt geht's gut. Oh Gott, du bist dumm. Das ist explodiert. Ja, ich dachte, ich bin zu meinem Geld. Okay. Ja, Leute. Ich könnte auf meinen Google-Plus-Account gucken. Da ist ich Murat. Und es ist mir halt. Ich bin von mir. Und ja. Das blöde Bild. Ich soll mich nicht da nehmen. Wir sind mit diesem Tick-Tack-Mühen. Oh. Wir sind los. Wir sind los. Wir sind los. Und jetzt. Sehr cool. Oh. Kopfbewegung. Oh ja. Sport. Sport. Ja das ist gut. Ja sport. Sport. Und und gleich fliegt das Teil ab. Da fliegt er in seinen Kopf. Geil! Jetzt fliegt er ab. Oh, ich hatte recht. Naja, nicht so recht. Aber geil! Dieses Spiel ist geil! Hatten wir das schon? Ne, das hatten wir nicht. Oh, oh! Hier geht's. Ja, Leute, ich müsst euch mal vorstellen, dass es euch echt passiert. Dass es euch trockene Eis drauf fällt und dann steckt ihr rein. Obwohl ihr gerade beim Atemzug so rein so... Und weil ihr euch erschreckt habt, wie ihr so gedacht habt. Und dann ist es halt richtig, richtig schwer. Ja, jetzt sehen wir noch das hier. Du wirst... ...dragi. Guck mal. Guck mal. Jetzt sind wir noch alles. Hm. Hm, dann ist das Psyche gar nichts. Oh mein Gott, weil er so besoffen ist. Ich glaub das eine war sowas wie Bier oder sowas. Ja, das hast du dir verdient. Ja, das solltest du nicht trinken. Das hast du dir verdient. Ja, das solltest du nicht trinken. Das hast du dir verdient. LOL. Auf der Seite... Auf der rechten Seite unten steht YouTube. LOL, wie geil ist das denn? Okay. Dann sag ich mal... Bye. Bye YouTube. Thanks for watching and please subscribe. Bye. Bye! Bye,다-bye. Bis zum nächsten Mal.